willkommen zurück meine lieben freunde wir sind in tokyo wir folgen gerade dem ruf von juni sind gerade in tokyo gedockt auf neu tokyo es regnet hier und sieht alles japanisch aus kusari ist generell sehr japanisch und wir fliegen auch ein kusari schiff weil ich dachte wir müssen uns anpassen das haben wir in der letzten folge gekauft durch mein hartes geld verdienen in der zeit wo ich nicht da war weil ich wollte euch nicht acht stunden aber gut acht stunden waren es nicht das waren jetzt eineinhalb stunden die ich gebraucht habe um das geld zusammen zu bekommen für dieses tolle meisterwerk von raumschiff den drachen ist ziemlich cool und awesome und hat flügel und hinteren irgendwas so ein schwanz ding sieht aus wie ein highheel und ist kusarisch wir sind ja schließlich in kusari hier ist ein gasriese ziemlich cool überhaupt kusari ist ziemlich schön mir gefällt kusari wir sollen docken oder was dann docken wir mal und treffen juni nabar mal sehen was sie für uns hat wieder zu lange sinnloser dock vorgang den man nicht abbrechen kann oh ich habe es gelb gedrückt doch man kann es abbrechen oh manu man und ich wusste es die ganzen jahre nicht zumindest im single player sicherlich das ist johi hey yeah i was starting to wonder if we were partners anymore i just had to dig a little deeper than i thought trent i heard from lord hakira he says that the proteus tome and all of the museum artifacts have now come under the personal control of governor takagi hakira can't help us what do you mean that's why we came you have to understand kusari customs hakira is a lord his position gives him power but it also limits him there's only so much you can do before he violates station anyway i'm on to something but you're gonna have to trust me on this one if we do this we do it together understand are you in so wir wollen in honshu einen transport attackieren der den protos tome scheinbar transportiert wir werden mit den blood dragons zusammenarbeiten um den transport anzugreifen und dieses gedöns was wir kriegen wollen soll nach rheinland und wir wissen alle dass rheinland böse ist und ich nehm einfach an weil ist so was kann schon schief gehen ich meine die blood dragons in rot weil wir uns die letzten zwei stunden damit beschäftigt haben die leute in die halle zu schicken ozu this is trent the man i told you about ah mr trent junko speaks highly of you please sit thanks since junko's departure to liberty many things have changed here the old ways are dying out as we become more of a melting pot of cultures do you understand i do the one thing that has not changed is the face of treachery it is something that we have fought for many generations ozu is a lieutenant in the blood dragons a counter political group that opposes the shogun the reason the blood dragons have survived is because of our ability to adapt and change to outmaneuver the stronger opponent this would not be possible without carefully nurtured relationships mr trent which brings me to you i am told that you and the order seek a certain artifact that's right the proteus tome it's fallen under the control of governor takagi yes takagi he has been acting strangely even for him since his return from rhineland our sources now say that there is a secret to transport being loaded with these artifacts bound from takagi back to the chancellor we believe the proteus tome is one of those on board how much time do we have little particularly since takagi himself may be on that transport he's defecting we believe so with an offering to his new lord and master the chancellor our vendetta with takagi is an old one unfortunately we may have only this one last opportunity to repay him for his crimes mr trent here is what i propose you and the order shall have what you desire if you help rid us of takagi trent takagi is a traitor to his people he deserves to die do us this service agreed excellent we leave at once okay wir treffen also den main stream terroristen japaner samurai typ der ein blood dragon ist den wir irgendwie und seine freunde die letzten zwei stunden abgestattet haben um geld zu bekommen im weltraum und juli kenshin vertreBS in super time und wir sollen transport überfallen und alles mit ins weg gehen transferen land um here to the honshu gate koordinates received trent take point ja ich doch schon joe halt do you have to stand nj juli dj t nj s uk w Ich würde mal sagen, wir sind gut genug ausgestattet für diese Crest. Ich glaube, die Episode wird auch dementsprechend länger. We are not going through the jump gate, Mr. Trent. Blood Dragon Fighters are waiting at the nearby jump hall. Ich upload die Koordinaten. Warum nehmen wir einen jump hall? Takagi ist ein starker Mann, Junko. Er hat Spiele überall. Wenn wir eine Chance haben, den Transport zu beobachten, müssen wir sie mit Überraschung nehmen. Vielleicht war es gar nicht nötig gewesen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich weiß nicht ganz genau, was ich labern soll in den 20k, wie wir zum Wegpunkt fliegen. We have you in range. Standing by for orders. Enter formation and follow us to the jump hall. Entering formation. Set course for the jump hall. Only three ships? The blood dragons are small in numbers, Junko. But they are the best fighter pilots in the colonies. Dungeons & Dragons are high on the base of the attack. W Specs are high on the base. I don't mind losing faith. You lost your patience, you lost your ability. Die Leiter-Junker-Junker-Junker-Junker-Junker-Junker-Junker-Junker-Junker. Der größte Badass Motherfucker in der ganzen Weltraum Irgendwas stimmt in der Sonne nicht We have a strike force positioned on Yukawa that will seize control of the transport Once we've eliminated the fighters, our people will fly the transport out of there We are finally coming out of the sky I see the planet, a handhute to the research station There is a wave We have to fly as fast as possible before the scanners detect us Every second will count The sun looks cool with this ring So, first we'll take off the weapon platform And then we'll hope that the scanners will take the transport out of him There is the ship shark Is everybody ready? Dragon 1 ready to engage Dragon 2 ready I'm ready Ozu Our first target are the weapon platforms All ships engage Yes, yes Why did I do not call them? Dragon 1, Dragon 2, Uni And then I'm the first one And then I'm the first one Let's do it 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 I'm not here 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 The first platform is gone Let's do it Please take out the other one We take heavy fire from its turret One of their fighters is down Engage the other fighters We don't have any energy anymore Let's do it Let's do it Let's do it Every lot of torpedoes This thing also looks like a lot That's the last one The second platform is down Ozu to strike team Operation needs to go All ships take out the escort fighters Let's do it 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 To strike team Because the TKG men are off guard And have them pinned down I think that's a good deal When you get a torpedo against a chill Really nice to your head Really into the head Really into the head Ich habe ein bisschen mit Raketen geflogen, aber der Torpedo macht deutlich mehr Schaden. So werde ich nicht auf die Rakete wieder zurückwechseln. Oh. Da sitzt jemand hinter uns, der uns ziemlich gut sägt, weil... Das hat gerade weh, da ist der Schild auch gerade hauptsgegangen. Excellent. Proceed in die Nebula. Frisst den Torpedo, Mann. Ganz ehrlich. Da hat er mir alles gesägt, aber wir müssen in Formation gehen. Ohne Wegpunkt scheinbar. Sind alle tot, Leute. Hauen wir ab. Was geht ab, Leute? Hallo? Die Station ist immer weiß, wir können locken. Lustig. Ähm... Ja, ne? Geht's weiter? Nein? Was soll ich machen, Leute? Irgendwie stimmt da was nicht. Ich liege einfach mal vor. Hoffe ich. Stimmt auch nicht. Da ist noch jemand. Da ist noch ein Dragon. Da ist noch ein Dragon. Was warten wir gerade? Hey. Ich hab Angst, Leute. Geht's euch gut? Sagt mal was. Na, ich folge euch. Information. Juni? Nein. Auch nicht. Osu? Nicht so cool. Das ist nicht cool, Leute. Warum sagt er nichts? Geld hat mir bringen. Hm. Irgendwie mögen die mich nicht mehr, glaube ich. Die wollen gar nicht mit mir reden. Und mir nichts mehr erzählen. Was ist da überhaupt an Bord? Artefakte und Gold. 400? Und 1000 Artefakte? Und der Preis, glaube ich, von Artefakten ist um die 1,6000. Bei 1000 ist es schon ein kleines Stück Geld. Also ein ganz kleines Stück. Das ist eine Million. Oder sogar über eine Million. 1,6 Millionen, glaube ich. Warnung. Sensory Things. Nein, 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 nein. Wo fliegen wir überhaupt hin? Und keiner redet mehr. 4 Hostels, dead ahead, Sensei! Er ist kaum ein Gegner. Chunko, Mr. Trent. We have to destroy these fighters before we jump. Understood. Come on, Trent. Jetzt redet ihr wieder mit mir, oder? Ihr seid doch voll gemeinlinge. Jetzt redet ihr wenigstens. Ich dachte schon, ihr mögt mich nicht mehr. Hab schon fast gedacht, dass ich mir neue Freunde besuchen muss. Oder coole Freunde, die mit mir reden. War es ein Glück aber auch. Das Liebe war ziemlich gut irgendwie, ne? Ziemlich gut. Wir haben den Transport. Das ging einfach viel zu einfach. Das stimmt doch übrigens nicht. Normalerweise sollte das nicht so einfach sein. Und wieder redet keiner mit mir. Ja, ja. Vielleicht gefällt Juni unser neues Schiffen. Sollen wir jetzt docken, oder? Wie sieht es aus? Ah, ich docke einfach. Wenn ich schon docken kann, dann docke ich ruhig. Und lande fast in einem Mastroiden. Und da ist eine Station. Das ist Lieutenant Ozu. Stand down, Patrol. Wir haben den Transport des Takakis kaputtet. Und sie werden ihn zurück in Kyoto, als geordert. Ja, Sensei. Wir sind fast da. Junko, Herr Trent, folge mir. Ich habe die Koordinaten. Trent, du gehst den Weg. Wo gehen wir? In Kyoto. Kyoto? Trent, das ist das legendäre Haus der Blutdragons. Ich weiß nicht jemanden, der es gesehen hat. Ozu, du weißt uns. Die Ehre ist uns. Was ist Kyoto? Dann docken wir mal diese Station an, die zu groß geworden ist. Hier, du wirst was du gekommen bist. Ich will dich kurz sehen. Ich mag ja Leute, die einen Geschmack für Einrichtungen haben. Ich meine, so ein Schädel am Dock ist cool. Kann man mal machen. Würde ich mir auch an meine eigene Station machen. So ein Totenkopf-Schädel-Ding draufsprayen. Im Raumanzug. Die haben eine ganze Stadt in den Asteroiden reingemacht. Und Ozu, das ist großartig. Wie lange haben die Blutdragons hier in dieser Asteroid? Several generations. Aber mit Takagi eliminiert. Die Edo Shogunate ist stärker. Und unsere Victory ist näher. Pardon mich, Lieutenant. Excuse me. Tell me. Wie lange haben Sie known Ozu? Was er immer ein Radikal in den Blooddragons? No. Wenn ich ihn habe, er war ein Promising-Politiker student in der Kusari Academy. Was ist passiert? People sind veränderten von ihrem Welt, Trent. Rarelich vice-versa. Ozu ist ein proof von dem. Ja. Ich glaube, wir haben uns gebrochen. Das war die richtige Shipment, aber wir haben nicht die Artifacts, noch Takagi. Er war nicht auf dem Transport, als wir waren zu glauben. Something hat sich verändert. So, was wir machen jetzt? Ich mache die Necessary Inquiries. Für jetzt, ich sage, dass Sie sich mit irgendwelchen Diversionen wir können. Ich kann nicht nur hier sitzen. Vielleicht können die Blooddragons nutzen, ein bisschen zu helfen. Joining die Ranks der Radikal-Left? Ich bin nicht auf assignment mehr, Trent. Ich werde sehen, wie die andere Seite lebt. Sie wissen, es würde es nicht so schwer, dass du da rauskriegst. Vielleicht ein paar Missions. Mit den Sounden sind, es wird nicht so schwer. Don't worry. Ich werde Sie wissen, wenn wir etwas hören können. Die haben es aber mit Schädeln, oder? Die haben es aber wirklich mit Schädeln. Die haben so einen ganz komischen Schädelfetisch an sich. Wir haben es geschafft. Wie ich schon gesagt habe, es war zu einfach. Auf dem Transport war jetzt nicht unbedingt das drin, was wir gesucht haben. Und alle sind wieder rot zu uns. Wir sind jetzt böse Theoristen. Und müssen unser Dasein verbringen, indem wir in einem Stein leben. In einem blöden System, das ziemlich dunkel ist und mit Steinen voll. Und das sind genau die Dinge, die ich nicht mag. Steine und dunkle Systeme. Wir haben unsere Flügelchen sogar verloren im Kampf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm. Ja, wir müssen ein bisschen Geld verdienen bis zum nächsten Mal. Und wenn es weiter heißt, dass wir jetzt böse Piraten sind. Im Weltraum. Bis dahin. Reingehauen. Tschö.